Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GSG. Moin! Moin Zwiebel, Moin Relly. Moin, Moin! Wir spielen weiterhin das Autohaus, weil es uns am meisten Spaß macht von allen Karten. Ja, mit bestem Map, ey. Ich glaube halt einfach auch, Zwiebelns Moral ist schon wieder langsam auf dem Ziel. Ja, man merkt es, man merkt es. Na, ich gebe mir Mühe, aber es ist halt, weißt du, ich versetze mich halt auch in die Lage des Zuschauers. Ja, da ist mir egal. Wir wollen dieses Ding schaffen oder nicht. Ist mir doch egal, ganz ehrlich. Der Zuschauer hat keinen Einfluss auf den Spielverlauf. Also hier steht jetzt, diesmal ist die Tür zu. Und hinter diesem Auto steht, glaube ich, wieder dieser Zivilien, der ja manchmal steht. Der Zivilien, Alter. Der Zivilien. Der Zivilien. Hallo, Herr Zivilien, how are you doing? Hands up, on your head. Hands up now. Don't move, stay put. Get off, put your hands, can you put your hands up? Zwiebeltür und Autohausstür im Blick und gesässert. Ich mache erst mal die Tür zu. Ja. Hinterhof gewedged. Okay. Autohaus vorne ist gewedged. Ja, ich wedge immer vorher mal hier. Achso. Autohaus hinten ist auch gewedged. Hier ist... Alles klar. Komm, beim dritten Mal ist Wertung. Alter, was ist das? Die war gar nicht zugeschlossen. Die ist genau so hartnäckig wie der Zwiebel. Deswegen ist es die Zwiebeltür. Ja. Also diese Ecke hier ist immer noch für mich die schlimmste, weil die hier einfach immer durch alles durchschießen einfach. Ja. Ist gewedged, Brilli, ne? Ja, weiß ich. Ist aber auch niemand da. Also können wir auch den Hof betreten, würde ich sagen. Ist nur wieder die Frage, wollen wir vorher das Autohaus clearn oder nicht? Ich bin immer dafür, ja. Okay, dann hast du den Keil noch drin oder hast du den Keil schon weg? Na klar, der ist noch drin. Echt? Ey, es ist doch so scheiße, echt. Wirklich. Aber den hier an der Autohaustür sehe ich zum Beispiel auch nicht. Hier ist auch nichts los im Autohaus. Pass auf, Mene. Der an der Autohaustür, der backt so halb rum. Der flimmert so und bewegt sich vor und zurück. Bei dem ist er nicht zu sehen. Gar nicht. Jetzt ist er weg bei mir, ja. Gut, dass ich auch. Ja, Brilli hat ihn ja auch aufgemacht, genau. Dass ich schön gebückt hat, dass ich da. Doch, da ist einer. Es sind zwei. Einer ist gekniet, einer kniet. Warnschuss ins Bein. Er hat geschossen, ich habe ihn. Er ist down. Er hat geschossen. Ich habe hier einen Typen, ich nehme den hier. Ich wedge erstmal alle Türen. Ja. Die eine ist offen. Ja. Ja, weil der da durch wollte. Ah, der Halsmaul. Da steht auch einer. Hör gerade aus als Gewaltstern. Ich glaube, das ist ein Zivilien. Weil. Ja, ich kann nicht mit reinkommen. Du stehst noch in der Tür. Ich muss hier erstmal zumachen. Ja, mach zu und ich wedge die auch. Wir haben 50 Minuspunkte gekriegt, ne? Ja. Warum? Weißt du aber nicht warum, ehrlich gesagt? Weil der Hintere hat geschossen, aber... Du hast gemeint, der hätte geschossen, aber als ich den reported habe, gab es die Minuspunkte. Hat geschossen? Welche? 100%? Wie ich gesagt habe? Der von mir, oder was? Nee, nee. Der hier. Der hier. Ach, pass nach. Der hier. Der hier. Der hat Minuspunkte gegeben. Ja. Great work. Keep going. Okay. Der hier hat Minuspunkte gegeben. Okay, aber ist doch gut. Trotzdem. Wir haben drei. Der hier hat Minuspunkte gegeben. Der hier hat Minuspunkte gegeben. Immer noch der eine. Den habe ich erschossen. Ich habe den auch in den Kopf geschossen. Ja, pass auf. Ich habe den... Es ist wieder interessant. Kommt mal her. Kommt mal her. Was? Hier unten. Der hat ja Schuss unten im Bein. Ich habe dem einen oder zwei ins Bein gegeben. Dann hat er sich hingekniet. So. Und dann weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Also der hat ja... Der ist auf jeden Fall... Vielleicht... Ah, ich glaube, du hast auf den geschossen. Wahrscheinlich ins Bein. Und dann hat er erst sich zu mir gedreht und seine Waffe rausgeholt. Dann habe ich ihn erschossen. Der hat eine Waffe in der Hand. Der hat eine Waffe in der Hand. Ja, oder... Ja, aber der hat dann erst geschossen. Wahrscheinlich war das, dass du ihm ins Bein geschossen hast, minus 50. Wahrscheinlich, ja. Naja, scheiß drauf. Ja, aber schießt man doch trotzdem nicht ins Bein. Ja, wieso denn? Mit der Waffe hier mit dem Lauf vor das Gesicht knüppeln? Ja, da steht einer vor der Tür zum kleinen Kabuff. Hol mal die eine Wedge. Mach mal... Wo jetzt hier's denn los ist. Äh... Willst du ne Flash oder was? Ja. Yo. Äh... Ja? Wer... Wirf mal... Der bewegt sich nicht. Könnte aber auch... Machst du mal auf deine Scheiß-Tür da, ey. Was ist das denn? Okay, der kniet. Ich sehe aber nicht, ob da noch jemand ist. Ich habe noch mal so ne Frage. Hat jemand die große Doppeltür im Autohaus gewedged? Ja. Ich glaube, Rilly hat die gewedged, ja. Ich sehe ihn. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer mit Knifte. Steht ganz an der Seite. Ja, ja. Wirf mal der Flash rein. Kommt. Und rein. Kniet ab, okay. Tür hinten wedgen? Ja, ja, ja. Werkstatt ist, äh... Keiner zu sehen. Tür ist zu. Ich guck hier mal rein. Also im Pumpenraum sehe ich niemanden in der Zeit. Der Werkstatt sehe ich auch niemanden. Auch keine Falle. Nee. Wie kannst du ne Falle sehen? Beim Pieken. Ja. Achso. Wolltest du jetzt, oder? Nee. Sind dann der hinten da... Nee, nee, nee. Du bist auch schon wieder... Was denn? On your own, ey. Nee, überhaupt nicht on my own. Ihr seid dann neben mir. Ich hab euch doch gehört. Brilly klopft erstmal da hüftig an. Ey. Also hier ist niemand. Doch, hier ist jemand in dem Raum. Ich hab ihn grad reden gehört. Die grünen sogar, die Dinger. Ja, das kann aber auch ein Nebenraum gewesen sein, oder? Kann auch sein. Ah, nee. Jetzt ist da tatsächlich einer, der guckt mit der Knifte jetzt... ...auf die beiden Türen. Soll ich dann die hintere aufmachen? Ja, mach mal die hintere auf. Ich mach die gleich ganz auf, ne? Jetzt guckt er zu dir. Er guckt jetzt zu dir. Genau auf die Tür. Dann mach du auf und geh rein und mach... Ja, aber der ist auch... Also der... Das ist... Hm. Pass auf. Wir gehen gleichzeitig in den Raum und erschießen ihn, okay? Ja, dann mach. Warte, die hier ist lockt. Die ist lockt. Warum werfen wir denn nicht eine Flash rein, verstehe ich nicht? Ja, okay, aber dann muss Zwiebel treffen. Ja. So, ich kann doch hier, wo du bist, eine reinwerfen, Brilli. Okay, dann... Warte. Ja, der schieft, der schieft. Der muss es auch nicht mehr. Jetzt kommt er. Er ist down, er ist down. Ich bin das, ich bin das, Alter. Ich seh nicht, wer das ist. Ich bin gerade am Bluten und... Wo war denn der Bastard, ey? Wo war denn der? Alter, ey. Meine Arme sind nachher nah. Wo liegt denn der? Der ist hier durchgerannt. Der kam reingerannt. Achso? Warte, da liegt er ja. Erstmal wedgen. Okay. Kranker Typ. Wie sind jetzt Zwiebel da hingekommen so schnell? Ich bin hier hinuntergekommen. So war ja eigentlich der Plan. Ja, ja, okay. Hier, Leute, hier ist die Situation genau wie eben. Der ist wieder in derselben... Äh, äh... Äh, Ecke? Ja. Ich hab keine Wedges mehr. Nee. Wedge machen wir nicht. Wir brauchen eine Granade. Granade. Wer wirft? Ich werf. Ich will die nicht kicken, ich will so... Bist du ready? Ja. Ja. Boah, scheiße, der... Ah! Go, 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 links! Links! And stop, fuck your head! Was war denn jetzt schon wieder los? Alter, der hat... Der stand direkt vor der Tür, man. Und ich mit der... Alter, der hat ja für eine Flinte hat, man. Ich hätte ja was sagen können, dass der geradeaus steht. Ja, das konnte ich doch nicht mehr nachgeguckt. Eigentlich bewegte der sich nicht. Der stand genau geradeaus und ich stehe mit der gezogenen Granate vor dem. Wenn der geschossen hätte, wäre ich dauernd gewissen. Hier ist genau so einer drin. Pass auf, ich mach die Dings weg, die Wedge. Hier ist genau so einer drin. Genau die gleiche Aktion, bitte. Okay, wo steht der? Wo steht der? Moment, wo steht der? Ja, der steht jetzt immer noch da links. Links, okay. Dann wechsle ich die Seite zum Werfen. Okay, ich bin bereit. Warte, ich mach die von hier auf, die Tür. Ja. Nimm mal eine Wache anstatt der... Ja. Drin. Go. Ah, das läuft doch smooth hier. Ich mit meinen beiden roten Armen... In dem Minihof ist jemand. Ich hab ihn laufen hören. Okay, ich hab noch zwei Flashbangs. Wie viele hast du noch mehr, ne? Ähm... Es sind zwei, Leute. Weiß es nicht. Wie sehe ich das denn? Es sind zwei. Unten neben deiner Figur. Ja, ist nix mehr. Hör dir zu. Ja, weiß es keiner mehr. Hört ihr mir zu? Ja. So. Zwei. Mit Heavy Armor, ohne T-Shirts. Ähm... Ja, die stehen jetzt ziemlich in der Mitte, beide des Hofs. Beide mit dem Gesicht zu dieser Tür hier. Jetzt geht einer hinten in die Ecke da. Jetzt... Warte, die ist wieder lockt, Alter. Also ich hab eine Flash in der Hand, ja. Okay. Gut. Dann bitte lass Brilli zuerst und dann mich... Ja. Ist's drin? Ja. Los. Drop the weapon, na. Down on your knees. Drop the weapon, na. Beide unten, beide unten. Beide am Boden. Beide am Boden. Boah, der Bastert, der rollt wieder, weil der wieder aufgestanden ist. Suspect has expired. Unauthorized user fault. Ja, fick dich mir nix da, ey. Ganz ehrlich. Der ist aufgestanden mit seiner Knipfel in der Hand. Ja. This is talk. Copy Entry Team, proceed with mission. Wieso konnte man jetzt hier zwei Evidenzes sichern? Der hier hatte keine. Da ist wahrscheinlich die eine von ihm hier hinter geflogen. Weil der hatte keine... Ne, hier ist er noch. Die können auch... Die können auch nur eine Kurzwaffe ziehen, ne? Dann... War die das? Ja. Boah, ey. Okay. Also ich hab auch noch eine Flashbang, aber ich hab keine Hood mehr unten links. Keine was? Keine, äh... Anzeige. Anzeige. Also hier drin ist alles still. ATM. Ne, da kommt einer. Warte mal abwarten, wo der hingeht. Vielleicht geht der wieder nach oben. Ja. Ne. Er bleibt jetzt quasi an der Ecke stehen, wo die Tür ist. In diesem Raum, der... Also an der linken Ecke. Der unter dem Ding ist. Unter der Erkore da. Da bleibt er jetzt gerade stehen. Bleibt stehen. Äh, Brilli, hast du nicht auch noch Flashbangs? Jetzt, jetzt, warte. Ich hab noch. Ja, dann lass doch Brilli mal einen. Er kommt hier hin. Er kommt hier hin. Bauen. Okay, nach oben, alle. Bleib unten. Alles... Alles leer. Okay, pass auf. Ich sicher von hier oben die zweite Tür, ja? Die hintere. Ja, die hintere. Und einer... Einer muss jetzt nach hinten gehen und die eine Tür wetschen, die nach oben geht, weißt du? Aber das finde ich jetzt nicht so geil, weil hier um die Ecke ist eine Tür, die ist verdeckt von diesem Bretterverschlag hier. Nee, da ist keiner. Die hab ich im Visier gehabt gerade. Einer muss natürlich die vordere Tür sichern, das ist klar. Da ist eine Falle dran. An der vorderen Tür ist eine Falle dran. Die ist also safe. Zweite Tür hab ich im... Zweite ist offen. Die mach ich jetzt zu. Bin hinter dir, Mene. Geht nicht. Die geht nicht zu. Warum nicht? Kann man nicht zumachen. Geht nicht, kommt kein... Dann lauf einfach dagegen. Jetzt doch, hier, ich hab's da. Ich hab aber auch kein Wedge mehr. Wart dann, lass mich. Komm runter. Okay, hintere Tür sicher ich erst mal ab. Ich hab aber wie gesagt keine Wedge. Wedge ist drin. Konzentriert die hintere. Oder gehen wir hinten rum? Äh, Brilli, wo willst du hin? Ja, hier erstmal den Raum. Unter der Empore. Mene, bleibst du da? Oder? Äh... Entweder ich bleib hier oder jemand mit einer Wedge muss es hier sichern. Dann kann ich mitkommen. Ja, okay. Warte, hab ich noch eine? Ich weiß gar nicht. Ich hab keine Wedge mehr. Ich hab noch eine, ja. Wir können natürlich auch zurück in neue Wedges holen, ne? Okay, Tür ist auf. Oh, ein Wedge ist hier. So, hier ist ein Zivilien. Wo bist du? In der Empore. Da ist noch eine Falle, ne? Pass auf, da ist eine Falle. Ja, ja. Ist die jetzt wirklich von außen oder von innen? Von außen. Von hier, von hier. Bei mir ist sie auch erst erschienen, als ich nah genug dran war. Okay, komisch. Jetzt ist sie disarmt. Also, die Leine ist weg, aber die Falle ist immer noch an der Tür. Okay, hier ist jetzt, sieht man natürlich nichts. Das ist ja nur dieser kleine Vorraum. Ja. Ist ja noch lockt. Die Musik im Hintergrund. So, die Tür ist zu, die man hier sieht. Postraum. Haben wir noch eine Flash für den Postraum? Soll ich die in den Postraum schmeißen? Wenn du hast, ja. Lass die Flash mal nicht... Okay. Wir haben halt nicht mehr... Ich geh... Alter, was war das denn jetzt? Die hat mich voll erwischt. Postraum safe. Da hinten die Tür ist offen, wo Exit draufsteht zum Billardraum. Die ist offen. Ja. Postraum ist aber safe. Okay. Ich habe noch nicht nach rechts geguckt, Brilli. Ja. Da ist die Tür zum Dings offen. Die mache ich zu. Pass auf, die vielleicht... Ja, okay, alles klar. Geht die wieder erst zu, oder was? Hands up! Was machen wir hier mit dem Billardraum? Ich habe keine Wedge mehr. Warte, Brilli hat kurz die Tür zugemacht. Ja, ich habe auch keine mehr. Können wir den Billardraum erstmal safe? Ja, ich werfe eine Flash rein, okay? Okay. Und ich gehe dann sofort. Ich gehe... Keiner zu sehen. Okay. Okay, dann mache ich die Wedge hier weg? Ja. Das war dann mein Ziel, dass wir die Wedge uns holen können. Soll ich die Tür dann hier aufmachen? Ja, mache ich. Jetzt mal ernsthaft, wir brauchen nachher oben doch voll viele Wedges, oder? Ja, ja. Lass doch mal gerade zurück. Ich gehe mal gerade zurück und hole mal noch ein paar. Alles klar. Das hat ja hier keinen Sinn. Okay. Wie ist denn hier die Situation bei den drei Türen? Keine gewedged. Keine davon? Nein. Welche soll ich zumachen? Ich habe jetzt wieder eine. Die Glastür, die Glastür. Die Haupttür zum Tür. Hä, Moment, ich habe doch gerade eine aufgehoben. Wo ist denn die? Ich habe die nicht. Dann hast du vielleicht doch nicht aufgehoben. Oder kann man keine aufheben? Doch, kann man. Glaube ich schon. Manchmal ist es halt buggy. Ich hier alleine. Ich schalte mir gleich ein. Bleib mal, aber es geht nicht alleine wieder weiter. Nein, nein. Komm, wir spielen eine Runde Billard, Mäne. Nein, komm mal her. Wir hatten die Flasche in den Billardraum geworfen. Die liegt voll auf dem Billardtisch. Achtung, ich schieße mal. Warum? Nein, nein. Schade. Das würde ich doch immer und komme gerannt, Mann. Ich wollte nur gucken, ob sich die Billardkugeln bewegen, aber tun sie nicht. So, ich bin jetzt nochmal ganz vorne, hole meine Wedges. Moment mal. Kannst du sie aufheben oder nicht? Nein, ich glaube nicht, weil ich habe gerade eine eingesammelt. Wenn ich vier drücke, kommt Mä, 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 Mä. Ja, bei mir auch. Bei dir auch Mä, ne? Ja, ich habe auch keine mehr. Ja, warte mal. Ich versuche es aber nochmal mit einer, die von mir war auf jeden Fall. Und ich habe auf jeden Fall auch schon einige eingesammelt. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, was ist das denn für Bullshit? Ja. Ja, wir haben doch aber selber alle schon mal welche eingesammelt. Ja, okay. Das heißt, wir haben nur zwölf Wedges dann, ne? Oder wie viel hat man? Vier, ne? Ja, also zwölf. Haut hin. Ja, dann dürfen wir nicht so verschwenderisch damit sein. Ja. Weil wir haben nachher oben noch die ganzen Räume, weißt du? Ja. Also ich habe jetzt keine Flash mehr. Brilli hat noch Flashes, ne? Ich habe auch noch einen Flash. Steht irgendwo wie viele? Vier. Wenn, dann steht das alles neben deiner Figur unten links. Ja, aber unten links habe ich halt keine Figur mehr. Ich habe noch drei. Warum hast du eigentlich keine Figur mehr? Mein Hut ist weg. Du hast bestimmt irgendeine Taste gedrückt. Das wäre die Taste H. Und die kann ich drücken, wie ich will. Da kommt es auch nicht wieder. Also bei H, da musst du die belegt haben. Bei H passiert bei mir nämlich gar nichts. Also das steht dazu immer im Ladebildschirm. H für Hood. Ja, in dem Ladebildschirm. Ja. Da kannst du das Hood aufnehmen. Achso. So Leute, ich komme wieder. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin das. Hallo, ich bin's. Hallo. Hallo. Hier der Raum ist besetzt mit einem Mann, der wahrscheinlich keine Geisel ist, aber keine Wache hat und sich aber verhält wie eine Geisel. Okay. Okay, die ist lockt. Soll ich die aufschießen? Vielleicht ein Überraschungsmoment? Ich werfe eine Flash rein, oder? Falle ist nicht da. Die Flash müssen wir uns noch sparen, glaube ich. Sparen bei der Flash, ja. Ich gucke nochmal, ich gucke nochmal. Der sieht halt. Der hat halt. Ey, das ist eine Geisel. Komm, ich versuch's. Der hatte Angst vor meiner Kamera. Ich bin auf All-In gegangen. Ich habe nicht mal eine Waffe equipped gehabt. Wenn du das nächste Mal unsicher bist, nimm doch einen Taser in die Hand. Ja. Taser, Taser. Jetzt ist der Raum genügend. Ich sehe zum Beispiel auch nicht die Punkte, die wir kriegen. Das sehe ich alles nicht mehr. Das sehe ich manchmal auch nicht. Der Raum hier ist, soweit ich es einsehen kann, leer. Ja, aber es muss nichts heißen. Ja, doch, ist leer. So, das erste Mal für heute. Die Personal-Arc Day. Nee, das zweite Mal. Zweite Mal, ja. Wir hatten es eben schon mal. Geh mal hoch, oder? Ja, wir können ja nicht zumachen, ne? Den Raum. Den Flur, weißt du? Ja. Der Flur ist einfach scheiße von da. Ach, hier piept es wieder, ne? Ja. Da ist eine Wedge davor. Ja, ja, habe ich weggenommen. Guck erst mal rein. Die Tür hinten zum Gang kann man hier von hier aus nur sehen. Ihr wisst den Raum, ne? Ja. Man kann nicht sehen, was halt ganz rechts ist. Ja, pass auf. Flaschen, oder? Weil der so unübersichtlich ist. Ja. Dann lass mich aufmachen und du... Okay. Kannst du so aufmachen? Geht es so? Ja. Also Falle ist nicht dann, ja? Ich mache gleich ganz auf, okay? Ja. Hast du Flaschen richtig? Ja. Ready? Ja. Also 3, 2, 1. Door lockt. Ich dachte, du hast geguckt, Mann. Nee. Das habe ich nicht geguckt. Das ist jedes Mal, wenn wir sowas machen. Falle haben wir aber definitiv nicht, ja? Nee, nicht, dass ich wüsste. So, Flash ready? Ja. Tür geht auf. So, nicht, geh rein. Ich muss doch warten. Put your hands up, please. Get down and put your hands up. Don't make this ugly. Put your hands up. Put your hands up. Der schießt. Der schießt. In deinem Raum, im Nebenraum. Ich habe den noch nicht. Doch, der ist down. Der ist down. Ich habe ihn doch erwischt. Okay, alles klar. Wir wissen nicht, wie es da drin auch aussieht, Brilli. Versuch das. Das ist nur ein Gang. Nee, das ist kein Gang. Das hier ist ein Gang. Wer ist denn das hier? Wer ist denn das hier vor mir? Der den gerade gesichert hat, die Leite. Ich. Mene, pass mal auf. Jetzt guck doch einfach mal, wie du hier deine Dings wieder einstellen kannst. Jetzt aber euer Leih-Sound. Das ist nicht nur ein Gang, Brilli. Das ist ein Gang. Natürlich geht es hinten weiter, aber das ist erstmal nur ein Gang. Was poltert denn jetzt hier so? Der Typ, der in der Tür packt oder was? Den habe ich in der Tür eingeklemmt. Bisher, das höre ich auch nicht mehr. Ist alles verpackt bei mir. Sind you ready? Ja. Nach der Folge muss ich, glaube ich, erstmal das Spiel neu starten. So, hier ist der Gang. Der ist komplett zu alles. Gucken wir mal hier rein. Und hier geht es ja rechts jetzt runter in die Lobby da, ne? Ja. Hier ist nach hinten hin die Tür auch, aber niemand ist hier drin. Okay. Ich weiß, wie wir gerade in einer Falle nehmen. Der packt da die Tür. Ah, nee. Jetzt ist die... Nee, war die. Habe schon... Ich guck mal gerade hier durch. Ja. Es ist doch nur ein Gang. Wieso willst du da reingucken? Ich wollte nur dein Missverständnis aufklären, dass das kein richtiger Raum ist erstmal, sondern ein Gang. Mhm, okay. So, warte mal. Hier kann ich nicht weiter nach da gucken. Das heißt, wir müssen das so machen. Geh rein. Den hat Mene mal erschossen. Ach, da hinten geht es aus dem Kopierraum hier raus, ne? Oder? Was ist das da hinten? Ja, ja. Die Tür nämlich jetzt wieder offen ist hier. Achtung, hier ist eine Falle. Wo? Hier an der Doppeltür. Die Tür links von dir. An der Doppeltür ist eine Falle. Vielleicht halt mal weg. Ja. Disarming Trap. Ja. Das heißt, die ist aber auch closed, die Door. Das heißt, wir können die erstmal... Die Punkte von dem Ding sehe ich nicht, dass ich das gemacht habe. Nee, das sehe ich auch nicht. Weil eine Trap gibt doch immer... Also hier zielt einer mit einer Pistole. Direkt auf uns. Hier müssen wir auf jeden Fall mit einer Flash arbeiten. Dann lass mich die Tür aufmachen. Ich werfe. Ich habe eine Flash. Okay, du wirfst. Alles klar. Wo guckt der hin? Du wirfst. Du wirfst. Der guckt... Eigentlich jetzt so ziemlich auf mich. Warte mal, wie machen wir das denn am besten? Mach mal von da... Kannst du noch weiter an die Wand gehen? Ja. Und dann noch aufmachen? So könnte ich die Tür noch aufmachen, ja. Okay, los. Get ready. I can hear him. Put your hands up. Stop the weapon. Now, I'm out, okay? I give up. Don't move. Stay put. Sehr schön. Fuck. Genau, Junge. Du hast es erfasst. Get down. Das ist ja hässlich. Naja, sonst wäre er kein Gangster geworden. Die ist verschlossen. Ich habe es gerade noch gesagt. Du tritt halt trotzdem dagegen. Nicht mehr lange. Ja. Eigentlich müsstest du Knöchelschaden kriegen oder sowas. Genau. Schön. Du hast dir das Bein gebrochen. So Leute, jetzt kommt es. Wir haben hier oben alle Räume gecleared. Jetzt kommt es. Jetzt kommt ein schwererer. Jetzt kommt es wieder hier. Shane hit the fan irgendwie. Vor allem, weil ich hier halt nicht. Ich kann hier nichts sehen halt. Weil dieses Podest ist. Das heißt, wir müssen hier einfach durch. Wenn wir mal nach der Falle gucken. Nee. Mach auf, komm zurück. Mach auf, komm zurück. Mach auf, komm zurück. Ich mache noch weiter auf. So. Also ich höre irgendwas. Das bin ich. Was ist denn? Unten läuft einer. Wo? Doch da, jetzt. Da. Der geht runter, der geht runter. Geh rein, geh rein, geh rein. Ich bin hinter dir. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hab ihn. Geh weiter, Zwille. Geh weiter, geh weiter. Auf wen schießt denn du jetzt? Aufs Aquarium. Hinten die Tür. Da schießt noch einer. Das ist der Typ, der zu Boden gegangen ist. Ja. Der hat bei mir gelaggt. Also ich habe nicht gesehen, dass der... Ich habe keine Muni mehr. Achtung. Der Raum links vom Aquarium ist offen. Ja, den hab ich im Visier. Ja, savet ihr den beide. Ich gucke, ich sicher hier. Das ist, glaube ich, die einzige Tür, wo noch was rauskommen kann. Was sollen wir safen? Die Tür, von der wir gerade gesprochen haben. Okay. Hier, das haben wir alles. Da kann nichts mehr rauskommen. Achtung, ich schieße noch mal aufs Aquarium. Ich bin fast tot. Dann war ich den einfach überall rot, glaube ich. Dann geh nicht als Erster da rein. Äh. Lass uns mal ne... Warte mal, ich werfe da mal was rein. Ja. Hast du noch ne Flash? Ja. Ich hoffe nur, dass ich da treffe. Äh, das Ding ist ja breiter als ein Scheunentor. Ja, ich will aber da durch diesen anderen Raum noch. Oh. Oh. Ja, sie ist nie neu. Achtung, Tür geradeaus. Wow. Da ist einer wirklich dunkel. Ist down, ist down, ist down. Wir starten nicht neu. Wir sind kurz vorm Ziel. Ja, ich bin nur down. Ich hab's noch nie gesagt. Okay, nicht als Erster da rein. Ja, aber ich hab da ja geflasht, eigentlich. Ich wette, der war einfach nicht geflasht, weil das ein anderer Raum ist im Spiel. Wahrscheinlich, ja. Okay, hast du ihn wirklich aufgeportet? Ja, hab ich. Ich bin hinter dir, ja. Vor allem hat man den einfach null gesehen. 0,0. Ich kann halt, ähm, nicht gucken, ne? Wir sind jetzt quasi blind. Ich kann immer nur peaken wegen Fallen. Nee, kann ich auch nicht, weil ich ja, ich seh meinen Overlay nicht. Du musst peaken. Okay, ich peake. Hm, keine, keine Falle zu sehen, okay? Mach auf. Okay. Ich seh keinen, ich war nur einfach so. Rechts ist keiner. Deswegen, es scheint auch keiner zu sein. Gehst du rein und guckst nach rechts. Ja. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Alles gut. Ach, da ist einer. Ist down. Okay. Ich hab aber noch nicht weiter nach rechts um die Ecke geguckt. Okay, ich hab links, links hab ich so ein bisschen im Wesir, aber das seh ich nicht viel. Kannst du mal rechts gucken? Nee, pass auf, ich geh links, rechts um die Säule rum hier. Ja. Die Tür jetzt im Hof ist übrigens auf, ne? Das habt ihr gesagt. Äh. Siehst du irgendwas? Lass mal, lass mal, äh, konzentrieren. Du guckst bitte nach rechts. Von oben, von oben. Ich seh ja rechts, seh ich nichts, nein. Hallo. Von oben kann ja nichts mehr kommen. Nein, okay. Braucht er nicht. Dann secure den da mal. Ich will erstmal den Raum sichern. Ja, hier wirklich, die Tür zum Hof ist hier offen. Pass auf, denkt dran, da könnte draußen einer sein, ne? Ja, ja, aber da hinten in der einen Tür kann auch noch einer sein. Ja. Das ist noch der eine Raum. Das ist dieser blöde Doppelraum da hinten. Ich glaub draußen... Weiß halt nicht, da haben wir noch nie jemanden gesehen. Doch. Ah, nee, in dem Verbindungsgang, okay. Okay, dann mach hier mal zu. Ist zu. Geh mal. Wir haben nix mehr. Okay, ich hätte noch ne Flash. Achso, na nice. Kann ich hier reinwerfen, wenn du willst. Also ich muss aber erst mal peaken, ne? Ja. Okay, ich seh nix. Okay. Dann mach ich auf. Ja. Okay. Geh rein. In dem Raum sind sie wahrscheinlich nicht geflasht, ne? Aber aufpassen. Da ist keiner. Okay. Jeder eine Tür oder was? Ich habe noch ne Flash. Oh, nice. Wo willst du? Na, hier hinten. Dann kann uns keiner in den Rücken fallen, weil es, glaub ich, nur nach links geht. Ziemlich würdest du von der anderen Seite aufmachen. Ja, würd ich auch. Nur erst mal peaken. Wegen Falle. Ich seh leider nicht rein. Ich glaub, ist keine Falle. Ich mach jetzt die Tür auf. Bist du bereit? Warte, 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 warte. Jetzt. Scheiße, ich hab mich selbst geblendet. Ja, ist aber hier ist keiner. Alles gut. Wo sind denn da noch Leute? Müssen die ja... Ach stimmt, der eine am Links ist noch nicht, ne? Ja. Der ist ja draußen. Was ist hier mit? Da geht's jetzt zurück zur Halle. Okay. Erstmal peaken, oder? Erstmal peaken, ja, ja. Ja, wegen Falle. Okay. Okay. Der muss noch raus. Weißt du, wo der eine noch sein kann, Mene? Oder noch mehrere sein können? Ja, in diesem Zwischenraum am Anfang. In diesem Zwischengang, genau. Ja. Also ich würde aber auch hier wieder von hier hinten anfangen. In welchem Zwischengang? Wovon redet ihr da? Wenn du durch die Tür gehst, dann kommst du doch in so einem Weg, wo doch hinten nochmal die Autos sind, wo du an diesem Müllcontainer vorbeikommst. Ne, wir waren aber in dieser Folge noch gar nicht durch die Tür. Also da sind die wahrscheinlich. Ja, ja? Ja. Wir kommen ja jetzt von hinten durch die Tür. Ja, ja, ich weiß. Genau. Da, da bist du hin. Da sind wahrscheinlich, ist das noch einer wahrscheinlich oder so. Ähm, ich hab keine Flash mehr. Ich auch nicht. Hier ist, glaube ich, keiner draußen. Äh, mach mal auf. Okay. Ich guck nach rechts. Soweit ich gucken kann, ist da niemand. Dann geh ich vor. Okay, die Tür ist zu. Okay. Hier hinten ist auch keiner. Also der Vorraum scheint gesichert. Okay. Soll ich die Tür... Warte mal auf mich, warte auf mich. Okay. Okay, bin da. Ich peek dann erstmal, oder? Ja, peek erstmal wegen Falle. Äh, hallo? Peek? Ähm. Ich würde echt mega... Ich höre jemanden. Ich höre jemanden. Ja, die sind hinten bei den Autos. Bei den Autos. Warte mal, hier. Ja, ich glaube rechts ist das. Ja, rechts. Ich kann erstmal peeken. Okay. Ist nichts. Soll ich aufmachen und du guckst durch? Also du... Ja, ich hab im Visier. Mach auf. Nichts zu sehen. Bye. Ich geh rein. Ja. Guck aber nach rechts um die Ecke. Guck auf rechts um die Ecke. Wenn ihr jetzt so laut seid, dann werden die jetzt auf jeden Fall, wenn die da sind, auf die Tür gucken, wie ihr durch die hier gleich kommt. Alter, wir scheißen uns schon so ein. Okay, also ihr müsst jetzt mit Feuer rechnen, dass direkt auf euch eröffnet wird. Pieken? Ja. Im Ding Falle auf jeden Fall. Aber nicht von da. Ja, Zwiebel nicht von da peeken. Nicht von der Seite peeken. Aber hier ist doch der Türgriff. Ja, aber du musst... Ja, so rum peeken, genau. Ja, sehe ich nicht. Jetzt nach Falle gucken. Mach auf. Ja, du sollst ja auch noch nicht durchgucken. Seele... Also das, was ich sehen kann, ist safe. Ja, rotes Auto ist safe. Gehst du direkt links um die Kurve und ich gucke auf die Tür. Da ist einer. Ja, ist am Boden. Ja, aber ich habe noch nicht in das Auto geguckt, hinter den dicken. Behalt den du mal im Auge. Ja, okay. Geh mal hinter dem Auto lang. Ja, ich habe ihn im Auge. Okay, ist safe. Okay. Das sind Zivilien, oder? Du kannst ihn festnehmen. Okay. Ich habe die Tür im Visier, alles andere ist safe. Der Raum ist safe. War das der letzte? Eigentlich schon. Hab da reportiert. Ja. Und nun? Es fehlen noch welche. Äh, es fehlen noch... Es fehlen noch zwei... Zwei Leute... Und ein Zivilien. Boah, was siehst du denn das? Wenn du Top drückst. Ja, eins von drei. Ach so, eins von drei. Okay, also es ist noch... Rescue all of the Zivilians ist noch offen. Also irgendwo muss noch ein Zivilien rumrennen. Ja, und bring order to the chaos. Wir müssen auch noch welche ausknipsen. Ja, ja, gut. Arrest and neutralized. Gut, das kann ja... Die Zivilians werden ja auch verhaftet. Okay. Ist das das echte Punkte oder ist das der Ping? Äh... Gute Frage. Ich glaube, es ist der Ping. Also, die ist gewedged von uns, ne? Ja. Dann mach ich die jetzt mal auf? Ja. Ja, aber wo waren wir denn noch nicht? Beziehungsweise nehmen wir die Wedge weg. Warte mal, hab ich die jetzt wieder? Nein, haben wir doch schon nochmal geguckt jetzt. Boah, hast du die leer aufgemacht? Ja klar, hier waren wir doch schon mal. Ja, aber wo waren wir nicht, ist gerade die Frage. Das ist die Frage. Dürfen wir jetzt alle nochmal durchgucken, ob wir alle reportet haben oder was? Mhm, sieht so aus. Du bist im Autohaus, Mäne, ne? Ja. Also, weißt du jetzt wie viele oder war das nur spekulativ? Ne, es muss noch ein Zivilien sein, sonst würde das, äh... Das würde das, ähm, äh, Zieljahr fertig sein. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Was ist denn hier mit der Tür? Ihr müsst ja jetzt nicht alle doppelt checken. Könnt ihr mal zusammen gehen oder... Die Tür da hinten ist nochmal noch nicht, ne? Die ist gewedged. Ach, natürlich. Oh, das ist eine Falle. Da geht's in den gewedged-Dingsraum. Gewedged. Mach die wegmachen? Äh, ja. Mach die weg. Hat nur nicht... Da haben alle Räume, ich weiß, wir sind gerade echt nicht, wo wir noch nicht gewesen sind. Mach die auf oder machst du die auf? Okay. Den Raum da hast du ja auch, ne? Hm, komisch. Da bestimmt irgendeinen nicht reported. Ja. Vermutlich. Warte mal, Mene. Ja. Geht doch nochmal... Hier ist ein Dings. Ihr habt doch jetzt was übersprungen. Hm? Ihr habt die Werkstatt und den Hof übersprungen. Ne, da jetzt weiter. Oh, fuck. Bleib stehen, ich komm zu dir. Ja, 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 ja. Wo bist du denn hingegangen? Ich bin durch den Doppelraum hinten in den Minihof. Ich bin kurz hinter dir, warte. Auch wenn du da rauskommst, ich mach mal die Tür zu. Achso, Achtung, ich komm raus. Ja, genau. Und da war er drin. In dem Raum? Ja. Er hat direkt auf mich geschossen. Okay, soll ich die Tür nochmal aufmachen? Äh. Ja. Dann mach die doch mal auf, die Scheißtür. Halt nicht oben zu sein. Muss geradeaus irgendwo sein. Ich seh ihn nicht. Ist down, ist tot. Mission soft complete. Komm, lass den aber noch reporten. Ist das jetzt da, oder was? Ja. Okay, bei mir steht leider ja nix. Yes. You have completed the mission. Also, du musst... Moment, Moment. Ach doch, jetzt hat er zu Ende gemacht. Weil sonst für Soft Report kannst du einfach noch... hier musst du Bild hochdrücken zum Abstimmen. Ja, das ist... Alter, da habe ich schlecht. Alter, 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 Alter. 10 nur? What the fuck? Ja, wir haben zweimal unauthorized use of force und einmal friendly fire. Und ich bin gestorben. Ja, das war friendly fire wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, nee, aber das zieht, glaube ich, auch einiges ab, was man da aber nicht sieht. Nee, du kriegst bei No Offices Insured haben wir nur eins von zwei. Warte mal, ich habe gerade einen Besucher. Was ist denn? Wir haben die Mission endlich geschafft. Halleluja. Ja, ich meine, es ist meine Folge, also ist ja wohl klar. Okay, na dann... Ja, dann vielen Dank, Brilli, vielen Dank, Zwiebel und Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Freut euch auf die nächsten 10 Folgen. Im Autohaus, aber mit einer anderen Aufgabe. Nein. Wie man zuschauerlos wird. Ja, genau. Also, vielen Dank, bis dann. Ciao. Ciao.